Hallo! In diesem Video zeige ich euch die Quest Sympathisanten unter den Schalterei. Anzunehmen bei 1. Arkanistin Talisra in Suwavar an folgender Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Ich nehme die Quest mal an und laufe hinaus. Sie sind nämlich in einer Höhle. Gleich seht ihr auch wo der Eingang ist. Nämlich hier und muss mich dann hier hinbegeben. Mal schauen. Ich habe jetzt den Wasserschweiter, aber ich laufe jetzt einfach hier auf einen Fluss und laufe den entlang. Soweit es geht. Die Mobs lasse ich einfach alle links liegen. Ich bin anscheinend auf dem passenden Weg. Hier irgendwo sollte er sich befinden. Hier ist er. Ah, die Barriere ist nicht wirklich eine Barriere. Da kann man durchlaufen, wie ihr seht. Einfach anquatschen. Und nun darf ich ihm folgen. Und an dieser Position darf ich die Quest abgeben. In Suwavar. An dieser Position sieht man auch die Koordinaten. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Tschüss.